Er ist so ein 70er oder 75er Dings drin, wie heißen die dann? Shane, der Impeller. 75er Impeller, Elektromotor mit 4 Zellen. 6S. Der Tornado 75 von Hobbyking. Los geht's! Sensationeller, völlig unkritischer Handstart. Und der Ralf fliegt. Ui! Kau, Kau, Kau! Ui! Kau, Kau! Das Wetter ist leider videounfreundlich. Aber jetzt habe ich ihn wieder. Da komme ich gar nicht schnell genug nach mit der Kamera. Das war's. 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 «